so leute heute erste grass kniebeuge ich habe gerade die 100 x 6 wiederholungen gemacht ich habe mich hoch gesteigert immer mit 56 wiederholungen immer 20 kilo mehr so jetzt sind wir bei 110 kilo da sind die 25 kilo einmal dann 12 10 und hier ist der fünfer kann man glaube ich gut erkennen so drüben genau dasselbe 25 kilo dann einmal 2 x 10 dann 11 lb bzw 5 kilogramm hier unternehmen 22 lb 10 kilogramm ja so alles klar wo wir die kamera mal hier positionieren ja 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 so ich hatte übrigens die hose noch an aber dieser so in der kamera so ungünstig aus ich habe einfach die hose gewechselt ist absolut unspektakulär noch weil 100 mal 6 dann 110 mal vier erstes halten je tiefer du gehst desto schwieriger wird das alleine zu hause wird auch kein risiko eingehen muss hat hat langsam vorangeht ok motiviert mich dann geht's auch mit wiederholung und gewicht nach oben bis dann